Nö Ich muss mal ein bisschen Gas geben hier Bisschen Zeug reingehauen Oh, oh So, benötigt Aluminium Ein Aluminiumhörner Schauen wir mal Für den Drücker Weiß ich nicht Das muss man auf jeden Fall erstmal in den Brenner, in den Ofen reinschmeißen Das Aluminium entstehen könnte Das habe ich gefunden Im Schiff Ich hätte sogar noch einmal Kopf auf für das Solarmodule Soll ich nochmal eins machen für die Station Ist auch unter Sonn Ist auch unter Sonn Das war es Ich hab die neue Ein Aluminium Ich bin der Ein Rad Ich bin der Jetzt Leine , das ist Leine Das ist Was ist Forschen, ja. Deine Station halt ausbauen, genau. Du kannst, nee, kann man Konkler ist damit gar nicht zu vergleichen, kann man Konkler aus der Strategie. Hier kannst du das aufbauen. Du bist alleine auf so einem Planeten und baust deine Basis da auf. So, dann kannst du auch zu anderen Planeten reisen. Ja, wir bräuchten noch einmal Aluminium. Ich hab vorhin nochmal so ein Schiff gesehen, ich weiss nicht, in welche Richtung. Ich hör schon wieder Sturm. Ja, da hinten. Ja, da hinten. Ja, da hinten. Ja, da hinten. Ich hoffe du bist in Sicherheit, der Sturm fickt gleich über die Basis. Ja, da hinten. too. Ja, da hinten. So, Nebel fast weg. Jetzt gucken wir mal vorschauen, was können wir denn jetzt noch vorschauen? Kanister könnten wir forschen, 40 Beiz kosten die. Soll ich die mal forschen? So, Generalextraktor, keine Ahnung was das Ding macht. Beforsch es einfach mal und bauen es dann. So, was haben wir noch beim Strom? Windturbine, kleine Batterie, klingt gut. Kleiner Sauerstofftank, große Batterie kostet 6000. Energiezellen, die waren ja voll von Arsch. Filter, was ist denn ein Filter? Filter, kleiner Sauerstofftank. Ach, das war wie ein Sauerstofftank, aber nur Verbrauchsmittel. Du baust den Filter und wenn dein Sauerstoff alle ist, kannst du mit dem nochmal ein bisschen überleben. Windturbine. Windturbine. Hm. Die hatte ich bis jetzt noch nicht so wirklich. Ja gut, man kriegt nachts halt auch Strom. Nicht immer, aber man kriegt. Die hat sich nie wirklich rendiert. Die zu bauen. Okay, was haben wir hier noch? Arbeitslicht, Arbeitslicht. Das ist eine super Idee. Das forschen wir gleich mal. Winde. Winde. Wenn, wie geht es jetzt? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Die Beiz. Die Beiz kommen aus dieser Forschung raus. Davon kannst du selber bestimmen, was du erforschen willst. Nein, wir könnten das Fahrzeug erforschen. Dann müssen wir halt mit Solar arbeiten. Das würde gehen. Mittelgroße Rohre, 2400. Große Rohre, 8000. Also wenn du in den kleinen Rohre hast, ne? Jetzt dauert noch ein bisschen. Wenn du in den kleinen Rohre hast. Dann gehe ich nochmal in die Höhle. Oh halt. Es wäre schade drum, wenn wir es verlieren. Ich habe nämlich schon so ein Batterie-Teil gefunden gehabt. Das lasse ich mal lieber hier. Weil dieses Lithium brauchen wir für Batterien. Ja, hab's gerade. Weil wenn ich verweck, dann ist es weg. Und es ist schade drum. Das Arbeitslicht braucht Kupfer. Kannister braucht Harz. Und mit diesem Kannister kannst du dann, äh... Ja. Sachen befüllen. Ja. Jetzt gehen wir mal hier rein in die Höhle wieder. Schön einen Rohnersliden lassen. Wee. Ja. Hier kam wir glaube ich nicht weiter. Ich glaube hier war ein Abgrund. Ja. Okay. Geht mal hier hin. Das sieht nach Forschung aus. Jetzt mache ich hier so ein... ...Stöpsel hin. Ja. Hier ist Laterit. Laterit. Ich glaube das ist Kupfer oder Aluminium. Eins von beiden. Ich bin jetzt zerrissen. Ah, da ist eine Forschung. Den haben wir auch leider mit. Sehr schön. Hat sich rendiert. öh da lang zu wenig energie ok ich geh schon mal Gras sammeln wieder erfolglas geben bitte dauert das noch eine minute dann haben wir hier noch so eine energiequelle gefunden aber weißt du was jetzt naja das liegt hier ok rückgratzer ok ah siehst du selbst wenn wir den rover erforschen wir brauchen auch die fahrzeugbucht ne ist mir gerade mal aufgefallen ich kann nämlich keine fahrzeugbucht bauen ok fahrzeugbus kostet 1000 jetzt gucken wir mal was kostet robert nochmal 2000 oder was 2400 ok da brauchen wir noch 1000 1000 aluminium sehr schön dann können wir schon mal den drucker bauen dann können wir noch ein bisschen Gras sammeln dann können wir noch ein bisschen Gras sammeln auch Hm? Wir haben die Oberfläche. Wir haben die Oberfläche, weil wir hier über den Karten kommen. Wir sind sehr schön. Wir sind hier. 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ich seh keinen Sturm ehrlich gesagt. Ich seh keinen, es kann sein was bei dir was ist. Das seh ich nicht so genau. Oh oh, der kommt hier her. Fuck. Kommt genau auf mich zu. Nein Nico, der läuft da hinten. Besser. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's für heute. 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 Dann gehe ich mal Blumen pflücken für unsere Energie. Oh scheiße. Ja, wieder in Strom. Ja, an der Basis. Ja, an der Basis. Ja, an der Basis. Wenn wir noch mehr so Sterne haben, dann überlege ich mir so ein solare Windkraft. Ja, das war's für heute. Ja, wir sind noch nicht mehr. Ja, wir sind noch nicht mehr. Ich bin noch nicht mehr. Ja, wir sind noch nicht mehr. Untertitelung des ZDF, 2020